Oha Enderman! Slandy? Ich send die Tür! Ey! Pfeift den Enderman einfach mal an! Mach der YOLO! Was? Hat der keine Enderperle getrocknet? Hey Leute! Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hydra! Und heute haben wir mal einen kleinen Gast dabei! Nämlich den... Gast auch noch! Ich bin immer dabei! Weil wir schon seit 30.000 Folgen vorproduzieren! Genau! Okay, dann join wir einfach mal auf den Server! Du bist schon wieder drauf! Ich bleibe ein bisschen im Hauptmenü drin! Nach der Begrüßung, hallo und willkommen und so! Dann join ich immer direkt! Ja... Wir splashen mal auf den Server drauf! Und es ist Nacht! Wir splashen! Ey, ne! Es ist einfach Nacht! Und ähm... Da bist du ja! Und ich höre einen Zombie! Und ich mach Knochenmehl! Ah ja, genau! Unsere Farm! Die haben wir ja letzte... Folge gut aufgebaut! Genau! Ähm... Warum hab ich jetzt ein Skyshot gemacht? Ich weiß es nicht! Ähm... Ich geh einfach noch mal kurz in die Höhle rein, um mal ein bisschen zu jagen! Boah! Höhlen-Sound! Ah, hier sind sie! Mich macht ziemlich auch aggressiv, dass ich deinen Ingame-Sound höre! Deinen? Also meinen? Ja, ich höre deinen Ingame-Sound! Ich höre deine Tastatur! Das ist schlimm! Ja, aber das ist normal... bei einer mechanischen Gaming-Tastatur! Drrrr! Gaming... Was ist der Unterschied zwischen einer Normal- und einer Gaming-Tastatur? Dass die meistens etwas länger aushalten, und zweitens, dass sie halt geiler aussehen! feeding... Großen Unterschied gibt es jetzt ganz ehrlich... Nicht? Nicht. Ich habe mir die aber gekauft, weil ich so ein schönes Display da drauf habe, wo ich dann meistens sehe, wie viel Uhr es ist, damit ich auch bei den Aufnahmen nicht überziehe. Wir haben ja letzte Folge leider überzogen. Das heißt, wir kriegen halt eine kleine Strafe. Das heißt, wir machen diese Folge noch weniger. Ganz einfach. Ja, wir dürfen nur 10 Minuten. Und vor allen Dingen, wir haben schon wieder kein Timer gestartet. Ich starte jetzt eben die Windows-Uhr. Ja, dann ziehen wir zwei Minuten ab. Oh Mann, ich werde gerade abgeschossen. Ich habe jetzt auch ein bisschen viel Eisen. Ich habe es schon wieder 17. Ich gebe dir das zurück, weil du hast mir auch was gegeben und du hast nichts mehr. Ich gebe dir das zurück. Die Höhe bin ich denn. Ja, ich bin die ganze Zeit mit Knochenmeer und Doktoren. Wir sind schon. Ich finde mit Knochenmeer geht das Ganze viel einfacher und schneller. Wir sollten uns mal anfangen, so eine kleine Mini-Basis zu bauen. Ich baue mir gleich, ich baue uns gleich ein Haus. Ja. Aber ich baue mir ein Haus. Wir ziehen uns zusammen. Äh, erstmal. Ja, wir können. Ich baue das erstmal aus Eiche, weil Eiche finde ich scheiße. Eiche ist eigentlich das beste Holz. Ich finde Eiche ist so, dass es Mainstream-Holz ist langweilig. Eiche ist auch relativ geil. Ja, schwarz. Wow. Kein Greeper, 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 Greeper. Greeper oder Creeper? Ja, mein ich ja, Greeper. Der zerstört ja alles. Ach so. Ja, Greeper ist doch eher Enderman, oder? Ich finde Enderman auch schrecklich. Weil die klauen manchmal Kisten. Ja. Oder vielleicht ein Diablock oder so. Oh Mann, verpisst euch, ihr kleinen Creeper-Hater. Ach, das ist laut. Nein, nein, nein. Bums. Wow, wow. Noch einer, noch einer. Jo, was geht bei dir ab? Wo bist du? Ich bin oben bei uns. Ja, ich komme gerade hoch. Ich helfe dir gerade. Nein, du brauchst mir nicht mehr helfen. Ich habe gerade die Plagegrund. Ich höre schon wieder ein Skelett. Ich habe 14 Level einfach mal. Ich habe auch schon. Der ist schon wieder ein Creeper. Allein durch das Zombie-Jagen habe ich schon 14 Level. Jetzt 15. Verpisst sie, Skelett. Du, ich auch. Die ersten Schnechte sind immer die schlimmsten. Nein, nein. Das ist schon die fünfte Nacht oder so. Ich mache einfach Yolo. Der kann nichts da stören, weil der im Wasser ist. Und ich bin vollgeheilt. Oh, ne, ich habe wieder eine Spinne. Verpisst euch, ihr scheiß Zombies. Mein Eisenschmerz ist durch euch, kleinen Bastard. Komm, hier ist Eisen. Da war unsere Base. Ich baue das einfach mal ab. Hier unter Wasser ist es. Oha, wie viel Eisen ist hier. Alter, ich muss auftauchen. Ich ersticke. Ich trinke, meine ich. War so lange dauert das. So, ich habe erstmal ein kleines Haus aus Eiche gebaut. So, Alter. Ich habe hier richtig eine erste Folge, die ihr nicht mitbekommen habt. Da hatte ich richtig wenig Eisen. Die könnt ihr aber bei mir als nachkommentiert gucken. Ja. Trinkt ja nichts. Ja, die könnt ihr aber sehen. Also von meiner Meinung. Na, na klar. Die können ja auf meinem Kanal mal vorbeischauen. Ja, ja klar. Ich habe auch alle verlinkt, die hier bei mir mitmachen. Ich habe den Kanal von einem guten MC-Gamer nicht. So, hier dann ein bisschen. Fackli, facklo, facklos, assa. Fackli, facklo, facklos, assa. Slandy. Ich stelle die Tür. Ey. Halt den Enderman einfach mal an. Macht den YOLO. YOLO. Was? Hat der keine Enderperle gedroppt? Nein, ich wollte er wichs. Ja, kannst du ruhig sagen. Ich verpiepe das. Ähm, ich würde gerne mal hier so ein scheißverdammtes, hässliches Mistscharf haben, damit die sich das scheren. Oh, wie schnell Tag wird. Ja, weil wir sind ja mitten in der Nacht auf dem Server gejoint. Ja, ja, ich meine aber von Helligkeit zu Helligkeit will das schnell ändern. Das geletzt. Renn mich von mir. Okay. Ich gehe jetzt mal in ein anderes Biom und fahre mal ein bisschen Fichte, weil Fichte ist auch ein ziemlich geiles Holz. Ich finde diese Doppel, ich finde diese Doppel, entweder ganz hell oder ganz dunkel, will ich. Ey, magst du Birke gerne? Birke, na ja. Oh, ich habe hier einen Kanickel. Du hast gesagt, ja, da sind drei Stück ungefähr. Du hast gesagt, du willst ja raus dein Haus bauen. Entweder ganz hell oder ganz dunkel, sehe ich so. Ich habe zwei Kaninchenfell. Hast du dir getötet? Ja, klar. Du bist ja einer. Ja, wir kriegen doch eh nur durch Dörfer Karotten und wir finden sowieso jetzt so schnell kein Dorf. Du hast in der letzten Folge gesagt, nicht töten. Ja, der war auch bei unserem Feld. Okay, ja, du kannst ihn auch mit drei Schlägen und dann hast du ihn dauernd. Oh, dahinter ist der Kuhle. Danke, Creeper. Na, doll. Dadurch habe ich jetzt Kuhle entdeckt. Du musst mir gleich mal ein... Kordis? Ja, aber erstmal will ich ein paar Kaninchen töten. Wir können uns schon einen Kompass machen, ne? Ich habe hier Redstone. Mit Eisen. Eine Uhr können uns quasi auch machen. Ey, mein Eisenschwert ist fast kaputt. Ja, dahinter ist doch Eisen. Danke, Creeper. Ey, ich sag Eisen? Ja. Ach, danke, das ist doch Eisen. Boah. Ich habe richtig viel Eisen jetzt. Ich habe Schweine. Ich habe Schweine. Schweine? Ja, wir werden die kannst du auch nur mit Karotten locken, also auch töten. Oh, Mann. Früher konntest du alles mit Weizen locken. Jetzt geht das nur noch bei Kühen. Hühner kannst du jetzt... Weizenkörner? ... mit Samen machen, genau. Weizenkörner 1,75. Und... Schweine und, äh... Schweine und Häschen oder Hasen. Ich kille gerade Schweine. Karotten. Alter, wie du droppen die nur ein Fleisch? Was sind das für Mistviecher? Droppen zwei Fleisch oder drei? Ah ja, und Schafe lockst du auch... Äh, wenn du Schafe tötest, ne, kriegst du noch Fleisch davon denen. Ich weiß, ich war... Ey, ich kenne mich... Ich habe schon einmal zur Minecraft in der 1.8 schon durchgespielt. Ich habe jetzt nochmal... 29... Auch wenn das richtig ineffizient gerade war mit den Schweinen. Ich habe es einfach gemacht. Weil ich Yono bin. Äh, Gero, hast du da gerade geforzt? Nein. Okay. Hä? Das ist nämlich das geheime Geräusch in dieser Aufnahme. Das geheime Geräusch. So wird man tief. Hm, genau. Na, genau. So ein Schatz. Ne, kannst du machen. Wäre Yono. Oh man, ich... Wenn halt nichts spannenderes in der Folge passiert, dann ja. Ähm, gib mir mal deine Koordinaten. Äh, wir müssen jetzt auch langsam die Folge beenden. Äh, ich glaube... Ja, ich gebe dir noch schnell die Koordinaten durch. Schreib's, äh, oder nee. Äh, wir müssen jetzt aufhören. Ich würde sagen, danke fürs Scheißen. Ja. Der hat die ganze Zeit mein Skype-Bildschirm aufgenommen. Nicht dein Ernst. Doch. Ja. 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 Ey. Vielen Dank.